Hey, mein Name ist Glen. Ich bin gerade in Neuseeland und das ist das erste Video auf dem Kanal. Ich hatte irgendwie nur die Idee, einen YouTube-Kanal aufzumachen und ich bin der Idee nachgegangen. Ich werde ein paar Vlogs von meiner Reise hier hochladen. Und sonst wird sich viel über Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und positive Psychologie auf dem Kanal hier handeln. Und wenn du Bock darauf hast, dann lass einfach ein Like da oder abonniere den Kanal. Oder wenn nicht, dann mach es halt nicht. Ich würde mich aber mega freuen. Und ja, das war es auch schon. Also, hello, bis dann. Ciao.